Was ist heute mein schwerster Tag in meiner sportlichen Karriere? Das ist der Grund, warum wir uns heute treffen. Es fällt mir sicherlich nicht so einfach, aber 20 Jahre zu spielen ist eine lange Zeit. Von den Ärzten wurde mir mehr oder weniger mitgeteilt, dass das Risiko zu groß ist, weiter zu spielen, weiter Leistungssport zu treiben. Ich glaube, dem sollte man dann auch nachgehen. Es gibt sicherlich dann auch noch eine Zeit nach dem Eishockey-Sport. Wenn das Knie halt nicht mehr mitmacht, dann muss man da auch wirklich vielleicht mal zurückstrecken. Dann natürlich auf jeden Fall auch noch meine Familie, die ja auch sehr oft zurückstecken musste. Und ich denke, da sollte man auf jeden Fall auch mal nicht mehr denken. Hallo, mein Name ist Sven Pelski. Ich bin 21 Jahre alt. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 And I want you to know that I cry, yes I cry, I cry, but I'll be fine. I'll break down and cry cause it's so hard for me to say goodbye to me to go. You've been gone for so much time, it hurts, forget the past today, start again. Find my way into a perfect day, darling summer days, amen. Song will rise to every song who's lost, don't leave me now alone. And if you want to say goodbye, tell me now I'll be fine. And if you want to say goodnight, just remember it's alright. It's alright, it's alright, alright, everything is fine. Cause I've opened my arms to the light, and I want you to know that I cry. Yes, I cry, yes I cry, I cry, but I'll be fine. And if you want to say goodbye, I cry, 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 I cry. What's wrong with you? What's wrong with you? That's why you ask me now so very spontan? That's a hard question. That's funny, because you say that it's a very good experience, that's not just a joke. That's what? It's completely crazy and it's my opinion a bit overused and it's ADS. It's my opinion a bit overused. That's a good question. It's a good question. It was a good question. It's just a good question. It's a good question. Vielen Dank.